Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Abnehmen, die besten Top 10 Hacks von mir für euch. Bleibt dran, bis zum Schluss vor allem, dann gibt es nämlich den besten Tipp. Yes! Tipp Nummer 1, ganz wichtig, viel Wasser trinken. Wir haben das schon alle tausendmal gehört, aber Wasser ist total essentiell, es ist so wichtig, denn alleine die Verdunstung von einem Liter Wasser ergibt 500 Kilokalorien. Das heißt, ihr verbrennt noch zusätzlich Kalorien, wenn ihr sehr viel Wasser trinkt, vor allem der Körper lagert kein Wasser ein, was dann ja auch noch zu mehr Gewicht und zu Aufschwemmung führt. Und das Beste ist ja, ihr spült damit sämtliche Giftstoffe auch aus dem Körper aus. Ein Tipp von mir ist noch an dieser Stelle, süßt nicht immer alle Getränke. Also wichtig ist, dass ihr auch eure Geschmacksnerven trainiert, dass ihr wirklich ganz clean Wasser trinkt, vielleicht mit ein paar Bubbles da drin, ja Mineralwasser. Aber selbst, wenn man nur mit Früchten süßt und immer wieder sich klein geschnittenes Obst da reinschnüppelt, bekommt das Gehirn immer das Signal, es wird was Süßes geliefert, weil der Geschmacksinn immer auf was Süßes getrimmt ist und dann kann es auch trotzdem dazu kommen, dass man Heißhunger verspürt danach, ja, weil der Körper möchte dann mehr. Also lieber clean, lieber Wasser. Okay? Tipp Nummer 2, verzichtet auch vor allem, wenn wir jetzt mal bei den Getränken sind, verzichtet vor allem auch auf die ganzen Zero-Getränke oder Light-Produkte. Diese signalisieren trotzdem im Körper auch immer wieder ein Hungergefühl. Und auch wenn ihr meint, okay, ich habe jetzt aber Zero getrunken, also keine Kalorien, trotzdem bekommt der Körper irgendwie das Signal und will auch wieder hier wieder mehr. Das heißt, auch hier könntet ihr Heißhunger in jedem Fall vermeiden. Dann macht euch wenigstens selber einen Smoothie, einen Fruchtsmoothie oder einen grünen Smoothie. Eurer Wahl natürlich ganz klare Sache. Ich kann auch gerne nochmal ein Video dazu machen, welche Smoothies ich total bevorzuge und welche ich gerne für mich mache. Lasst mir einen Kommentar unten, wenn ihr solche Videos gerne sehen wollt, wie ich diese Sachen zubereite. Aber wenn Smoothies dann immer mit Bedacht und auch nicht zu viel davon. Deswegen, ihr wisst schon, der Signal an das Gehirn, ich habe Hunger, ich will Zucker, ich will noch mehr, noch mehr. Ja, jetzt wissen, Tipp Nummer 3, ganz klar, geht auf gar keinen Fall. Und das meine ich wirklich ernst, auf gar keinen Fall. In irgendeiner Art hungrig einkaufen, das ist immer die reinste Katastrophe, weil dann sieht man dies, 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 dies. Vor allem sieht man auch plötzlich Sachen in den Regalen, die man vorher vielleicht noch gar nicht entdeckt hat. Also geht immer irgendwie satt einkaufen, habt es aber gerade nicht geschafft, irgendwie was zu essen. Dann trinkt zumindest ganz viel Wasser, damit der Bauch schon mal irgendwie arbeitet und madet in jedem Fall die Süßigkeitenabteilung. Das mache ich immer so. Ich mache immer einen ganz großen Bogen um die Süßigkeitenabteilung. Nicht, weil ich mir das verkneifen will oder mir das abstreite oder irgendwie mich irgendwo geißeln, sondern ich möchte gesund sein. Für mich ist immer ganz wichtig, ganz clean essen, ganz gesund essen und vor allem auch ein gutes Vorbild sein für meinen Sohn. Weil, klar, wenn mal Besuch da ist, dann gibt es schon mal die Süßigkeiten und auch mal Kuchen und sowas. Aber ich meide grundsätzlich diese Gänge im Supermarkt, ja, weil da komme ich auch nicht in die, ja, in die, in die Verführung. Vielleicht seht ihr das irgendwie, ja, die Ringleuchte reflektiert jetzt ein bisschen zu viel. Okay, Tankstellen. Tankstellen, lange Autofahrten, fahrten morgens ins Büro, nachmittags zurück, man sitzt im Stau und jeder, naja, ich würde sagen, fast jeder hat irgendwo im Auto so ein kleines Döschen mit Lakritz und Haribo und weiß ich nicht, was alles meidet. Und dann auch diese Dinge. Verbannt die Süßigkeiten wirklich aus eurem Leben. Versucht sie wirklich komplett zu verbannen. Seht sie als etwas, so wie ich es mache, als etwas wirklich Ungesundem. Es muss weg. Was ungesund ist, gehört nicht in meinen Körper, das möchte ich nicht bei mir haben, das möchte ich nicht, dass es sich irgendwo in meinem Körper ausbreitet. Und dazu gehört auch der Gang in die Tankstelle. Wenn ich an die Tankstelle fahre, bezahle ich meinen Sprit und das war's. Aber keine Süßigkeiten einkaufen, denn sobald man mit der Packung Süßem eingestiegen ist, ist das Erste, was man macht, bevor man sich noch angeschnallt hat, ist dieses Ding aufmachen und dann schaufelt man auch schon die ersten Portionen sich rein. Anschließend gibt es auch das dicke Abendessen und da hat man aber schon teilweise 300, 400 Kalorien in den Tost. Das muss ja nicht sein. Also das ist ein ganz wichtiger Hack. Meidet die Süßigkeiten in der Tankstelle. Hack Nummer 5, ihr Süßener. Richtet sich vor allem auch an die Mütter und an die Väter. Meidet auch vor allem das Resteessen, die Teller eurer Kinder. Also wenn da was übrig geblieben ist, nicht noch hier was leer essen und da was leer essen, weil man möchte es ja nicht wegschmeißen, weil das ist ja auch alles teuer und auch andere Menschen auf der Welt hungern und so weiter. Ja, aber das ist auch schon mal ganz schön fatal, dass man dann auch ständig dann, obwohl man seine eigene Portion ja schon auf hat, da noch instinktiv, weil man etwas Gutes machen möchte, eigentlich ist der Gedanke ja gut, aber dann noch diese ganzen Teller leer schaufelt, äh, äh, lieber nicht. Also packt lieber alles auf einen Teller, macht es dem Kind später nochmal warm, falls es Hunger hat, aber nicht, dass ihr anfangt, diese ganzen Reste zu essen. Ganz, ganz wichtiger Hack, ihr Lieben, ne? Ein weiterer super Hack von mir ist, wenn ihr zu Hause seid, das mache ich wirklich immer so, ich ziehe mir immer schöne Sachen an, auch wenn ich auf der Couch rumlimmle, auch wenn ich gerade nur putze oder irgendwie was mache mit dem kleinen Rumtob oder sonst irgendwas, also ich ziehe immer grundsätzlich schöne Sachen an, in denen ich mich wirklich wohl fühle, in denen ich mich auch selber irgendwie auch schön drin finde. Am besten sind natürlich auch Sportklamotten, weil dann ist man auch einfach wendiger, aber wenn du eng anliegende Sportklamotten trägst, dann ist auch der Griff zu Pizza und Co. einfach auch geringer. Ja, wenn man schon bereits schön sportlich angezogen ist, dann möchte man ja auch nicht so diese Silhouette gerade unbedingt vermasseln. Wenn ihr keine so schönen Sportklamotten habt oder eng anliegende Sportklamotten habt, egal welche Figur, dann kauft euch einfach welche, ja, überlistet euer Gehirn einfach selber, aber kauft euch schöne Sportklamotten, macht es euch schön und fühlt euch wohl und dann ist auch der Griff zu diesen bösen Schubladen, die man zu Hause hat, vielleicht einfach weniger und damit komme ich auch direkt zum nächsten Hack. Verbannt wirklich alles zu Hause, was ihr an Süßigkeiten habt, denn der ganze Schrott muss eigentlich raus, ja. Ich tue mich damit immer ganz, ganz schwer, gerade nach Noas Geburtstag, da habe ich auch so ein paar Sachen übrig gehabt, die sind immer noch in der bösen Schublade, aber da geht ja keiner dran und Noah kennt sie Gott sei Dank auch nicht, ja. Noch nicht. Noch nicht. Mein Motto ist immer gesund, gesund, gesund und da versuche ich auch immer, weil es geht, auf Brot zu verzichten. Ich esse sehr, sehr gerne Brot, aber ich gönne mir mein Brot morgens, weil ich da noch meine Energie brauche für den Tag, weil ich da noch irgendwie Sport mache, ich arbeite, ich drehe, ich produziere für euch irgendwelche Fitnessvideos oder sonstiges, ja, ich tobe viel mit dem Kind rum. Morgens habe ich meine Brotgrundlage, aber das war es dann auch für den Tag. Da gehe ich aber abends essen zum Beispiel oder bin noch irgendwo eingeladen oder sonst irgendwas, dann verzichte ich abends ganz bewusst auf das Brot, weil wenn ich einmal im Restaurant irgendwie in dieses Körbchen greife, dann weiß ich, esse ich die ganze Zeit weiter. Und damit ich einfach nicht Gefahr laufe, den ganzen Brotkorb leer zu machen oder geschweige denn nochmal einen neuen Bestelle, lasse ich das einfach von vornherein sein. Der nächste Hack, ihr Lieben, der ist total wichtig, das mache ich so, so häufig, wenn im Fernsehen die Werbepause läuft. Ich nutze sie und mache ein bisschen Sport, ja. Muss auch jetzt nicht so ein mega krasses Workout sein, aber wenigstens, also wenn gerade so auf ProSiebenRTL eine Werbepause kommt, dann geht die meisten so sechs, sieben Minuten und dann, ja, mache ich ein einfaches Sofa-Workout. Klingt jetzt vielleicht in den meisten Ohren ein bisschen beknackt, aber ihr Leute, ihr draußen, ihr Lieben, Leute, das bringt was, ja. Also ich fühle mich dabei auch gut, ich nutze diese Zeit und hänge mich auf der Couch rum oder sowas. Ja, dann mache ich hinten ein paar Trizeps-Tipps oder stelle mich hin, mache meine 30 Squats, dann räume ich in der Zeit noch auf, aber auch wenn ich auch in der Küche stehe und koche zum Beispiel, dann mache ich auch ganz oft irgendwelche Beinübungen, ja, dass ich hier die Beine so zur Seite abspreize, meine Abduktoren trainiere oder da auch in der Küche irgendwie noch ein paar Spots mache. Also ich nutze immer die Zeit, die ich irgendwie warten muss auf etwas, da baue ich immer irgendwie eine Übung ein. Und so hat man eigentlich im Grunde den ganzen Tag über schon Sport gemacht. Es muss nicht immer das Fitnessstudio sein. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Und der nächste Hack ist auch direkt, solltet ihr gecheatet haben, weil ihr vielleicht im Restaurant essen wart, dann gibt es am nächsten Tag auf jeden Fall den großen Konter, da wird richtig Sport gemacht. Also dann gehe ich nochmal richtig laufen und nochmal Krafttraining oder sonst irgendwas. Also ich geißle mich da auch echt nicht, wenn ich jetzt richtig Bock habe auf irgendwas oder einen schönen Abend habe. Und es gibt auch ein mehrgängiges Menü oder sowas mit Dessert, wobei ich bei Dessert auch recht zurückhaltend bin. Versuche ich aber am nächsten Tag wirklich einen Konter zu setzen und dann gibt es nochmal die 10 Kilometer laufen oder sonst irgendwas. Ja, weil wichtig ist für mich immer, dass der Körper das wieder ausspült und wieder abbaut, damit ich auch einfach gesund bin. Was ich auch immer extremst wichtig finde, ist, ich versuche mich einfach selber zu verpflichten, indem ich mir selber auch ein Ziel auferlege, was aber auch vielleicht in mancher Ohren vielleicht ein bisschen sehr streng klingt. Aber für mich ist das wichtig, dass ich sage, ich möchte aber gerne bis dann und dann 15 Kilometer am Stück durchlaufen oder ich möchte bis dann und dann einfach nochmal 2 Kilo abgespeckt haben, weil Urlaub steht an oder sonst irgendwas. Und verpflichtet euch selber. Macht es mit euch selber aus. Einfach, weil ihr es für euch tut. Ich verpflichte mich selber, indem ich sage, ich mache das jetzt und dann tue ich das auch. Und ein Tipp in der Sache ist nochmal von mir für euch, dass ihr auch davon erzählt. Erzählt es nicht allen, nicht im ganzen Büro verbreiten oder sonst irgendwas. Sagt es wenigstens eurem Partner oder eurer Mama oder sowas. Erzählt es ihr zum Beispiel oder der besten Freundin, ich werde jetzt bis dann und dann 5 Kilo abgenommen haben. Somit baut ihr ein kleines bisschen Druck auf für euch selber, aber ihr habt es aber auch schon promotet. Ihr promotet euch im Grunde auch selber. Ihr verpflichtet euch selber und ihr habt die Sache kundgetan. Somit haben auch die anderen eine Chance, auf euch zu achten. Und wenn ihr jetzt irgendwie zu Besuch seid und dort steht alles auf dem Tisch wie gewohnt und ihr greift dann nicht zu, dann könnte es irgendwie komisch wirken, hey, was ist denn mit dir los? Weil der Gastgeber hat sich darauf vorbereitet. Es ist immer besser zu sagen, hey, ich mache gerade eine Diät. Für mich bitte nur das und das. Oder ich verzichte heute auf das und das. Das, der die andere schon Bescheid weiß. Und ich sage euch, der Gastgeber wird immer dafür Verständnis haben und auch vor allem hat er Respekt davor. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn andere vor eurem Ziel auch Respekt bekommen und ja, dem vielleicht auch nacheifern. Wer weiß. Und ein letzter Tipp von mir ist, mach viele Bilder von dir. Mach viele Selfies. Immer vorher, nachher. Beobachte dich im Rahmen deines Plans, deines Zieles von Woche zu Woche, wie sich vielleicht dein Körper verändert. Gerade am Anfang macht man sehr, sehr große und auffällige Veränderungen, was auch total schön ist, was einen auch extremst motiviert. Und ja, halte das fest. Mach viele Fotos von dir und zeig sie auch. Zeig sie denjenigen, den du erzählt hast, was du jetzt gerade abnehmen möchtest. Deiner Mutter, deiner besten Freundin, deinem Partner. Zeig sie ruhig. Sei stolz drauf. Das ist so wichtig. Diese falsche Bescheidenheit, legt sie ab. Seid stolz auf euch. Ihr habt euch ein Ziel auferlegt. Ihr habt euch selber verpflichtet. Ihr verzichtet auf gewisse alte Gewohnheitsmuster. Sei es irgendwelche Zero-Getränke oder irgendwelche anderen gesüßten Dinge. Und ihr habt an eurem Ziel wirklich gearbeitet. Seid stolz auf euch. Gut ist auch immer, wenn man sich vielleicht noch ein Vorbild hinzunehmt. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wohin geht die Reise oder was will ich wirklich. Sucht euch irgendwie im Internet ein schönes Bild von einer schönen Frau zum Beispiel und versucht so ein bisschen der Nacht zu eifern. Sucht euch ein Vorbild. Vielleicht etwas, was auch ein bisschen unerreichbar ist, damit ihr das Erreichbare erreicht. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach ein tolles Umsetzen. Und ich würde mich sehr freuen in den Kommentaren, was ihr von diesen Hacks haltet. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.